Ok, jetzt gehen wir gleich mal die Schuhe! So, wie sieht's da auch wieder aus? So, große Klasse. So, dann machen wir das hier ein bisschen... Freiräumiger Ort. Besser aus jetzt. Also, ich finde das sieht jetzt besser aus. Ein bisschen größer, ne? So, wie das jetzt da ist, wollte ich gerne rausfinden, aber der will's mir ja nicht sagen. Verräter. Heller Verräter. Ah ja, ich bin hier Upgraded. Da habt ihr keine so große Chance gegen mich, meine Freunde. Mache ich das Zimmer von dem auch ein bisschen größer? So, jetzt muss ich... Äh. 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 So. Äh. Die Wand dahin. Ja. So, das Gold hat mich da reingepackt, dann können wir ja gleich rausgehen. Ein bisschen was suchen, untersuchen. Ach, da ist ja das drin, ne? Äh. Ja, dann lasse ich das erstmal noch so. Bis ich mir überlegt habe, wo ich meine Kisten schackele. An sich geht es da ja runter, und dann... Wie könnte ich da eigentlich, ähm... Könnte man da so ein... Wie heißt das? So ein Ding hinklatschen. Eine, äh... Ein, 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 ein Lager. Ja, ja. Das war's. Was ist dann noch? Kein Lager kann man nennen. Kein Lager war es Lager. Ja, ja. Klack, klack. Was ist das bewirkt bei jemandem? Wahrscheinlich irgendwas in den Kisten. Dass wenn man, äh... Wenn man hier zu den Kisten geht, und dann hier auf Elite-Posit-All, dass die dann auf jeden Fall immer noch drinnen bleiben. Ne? Ja. So, was kann der hier auch reinhalten? Ja, glaubt's kloppen, ja. Wie denkt ihr auf? Ja. So, was habe ich denn jetzt noch? Tränke, Bumerang, Sperren? Ein bisschen Erde. Ja. Damit könnte ich jetzt eigentlich in den Untergrund gehen. In den Untergrund. Ein bisschen Rambazamba machen, wa? Ich seh immer nur nix. Stirb doch. Stirb einfach. Stirb einfach. Komm, stirb einfach. Stirb einfach. Hab ich gleich gewiss. Ah, ich seh nix. Auf jeden Fall sind da Zombies. Geil, du blöder Idiot. Wieder weg. Ha, rüber. So. Ah. Hä? Was ist das denn für einer? Jo, Spaß. Lass mich in Ruhe. Oh, da war ein Vögelchen. Hallo Vögelchen. Kann ich das erschießen? Ja. Wir müssen das Vögelchen. Aha. Ich glaub das Vögelchen ist im Arsch. Waaah. Arsch. 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 Arscheloch. Los hier rüber. Dann lass mal in den Untergrund gehen, wo uns schon Millionen Zombies erwarten. Ah, jetzt krieg ich auch. Falschaden. im Schaden hab ich so. So, wir wollen den heben. Kupfer, kupfer, kupfer. Kupung. 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 Warte. Kupung. Ohne Scheiß. Hier gibt's fallen oder was? alter die das gesehen hammer hammer geil alter welch dadurch dieses spinngewebe gegangen welche verlegen weil da muss ja richtig aufpassen ist ein bisschen gefährlich unterwegs zu sein Hallo Ja Oh man, oh man. Äh. Eieieiei. Und dieser Stern, äh, Stein shows location of enemies. Ha! Jawoll, hier sind doch ein paar Sachen. Sehr feuer. Ja, Saphir, Saphir. Uh, und Eisen. Äh. Aber das wird ja wohl reich, dann packer ich mir gleich noch eine neue Axt zusammen. Bagger, Bastel. Äh. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Ah, da war doch was. Ist hier nicht Kupfer? Ne. Okay. Was ist hier? Sand. Und noch mehr Saphir. Wahrscheinlich. Doch nicht. Alles Stein. Na, du. Tolle Wurscht. Äh. So, dann müssen wir mal umwechseln auf Glow Sticks. Ein bisschen Disco Action hier machen, dann geht das schon besser. Eieiei, guck mal, die machen sogar grünes Licht. Grünes Licht. Schirrt, ihr blöden Schleimers. Da ist ein Slime. Puh. Und Sand. Hier ist jede Menge Sand. Und Kupfer. Aber Kupfer will ich nicht mehr nehmen. Ja, super. Wo muss ich hier lang? Hey, da hüpft was Blaues rum. Und da unten auch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist das? Iron. Das sieht aber aus wie Silber. Grünes Licht mache Silber aus. Silberne ist Iron. Ah, da graben wir uns mal runter. Ack, fallen in der Linie. Und weiter runter. Ah, ist das Licht schwummerig. Oh, 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 oh. Hä? 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, wäre ich fast abgesoffen. Na je, oh. So, ein bisschen Licht. Bisschen Rotlicht da reingebracht. Und weiter runter. Schöne Sache hier. Wo geht's denn lang? Wo geht's denn lang? Ach, schöne. Endlich mal hier einen Ausgang gefunden. Einen halben Ausgang zu müssen. Das Mut. Äh. Also, das heißt Matroloth auf Deutsch. Ähm. Erde. Dreckige Erde. Dreck. Kupfer. Kupfer habe ich hier. Kupfer, Kupfer kann ich aber nicht anfangen. Äh. Was mache ich nur? Soll ich wieder an die Oberfläche? Bin ich aber eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe da irgendwie Schleim gekriegt. auch schon in die Oberfläche. Oh, oh. Jetzt bin ich weg. Oh, oh. Ha! Eieieieiiei. Das war ja knapp. Da wäre ich jetzt fast drauf gegangen. naja der stein ist auch ziemlich hartmännlich ihr könnt auch ruhig ein bisschen schneller kaputt da links ist was das gut wäre wenn da irgendwo gegangen was kann schon passieren ich könnte also unter anderem so das war das langsam aber nicht ich habe es gleich geschafft was auch immer es ist ich erfahre was es ist was wird es sein ich hoffe ich kann es abwarten die meide ohr naja wenn das alles war kann man auch nicht mehr ändern eine kiste da unten in dem loch die skelette kill und die falle und die skele die ich tippe so das ist erst mal rüber hier hoch und ach atmet